Huhu, ich wollte auch noch ganz schnell meine verspätete Meinung zum Web-Video-Preis 2014 abgeben und zwar anhand einer wundervollen Pro- und Contra-Liste. Am Ende werde ich dann auch noch schnell über die Penis-Aktion von Schniesen sprechen. Aber zum Anfang direkt mal, dieses Video enthält kein sonderlich spannendes Bildmaterial, sondern nur ein Bild, das sich hin und her bewegt oder sowas. Das heißt, ihr könnt getrost auf einen anderen Tab wechseln oder währenddessen eure Schuhe putzen, das Zimmer aufräumen, den Boden wienern, aufs Klo gehen, die Katze streicheln und das alles dann nochmal. Ist mir eigentlich egal, was ihr nebenbei macht. Hauptsache, ihr hört mir zu. Fangen wir an mit den Pro-Punkten und ich werde versuchen, das Ganze hier ein bisschen schneller durchzuschieben, weil bei meiner ersten Aufnahme habe ich 20 Minuten gebraucht und das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Erstmal, warum will ich denn über den Web-Video-Preis reden? Zum einen, weil ich dort war. Ich war auch auf dem Web-Video-Preis 2013. Das heißt, ich kann so ein bisschen diesen Vergleich zwischen dem Vorjahr und dem diesmaligen Jahr reden. Und zum anderen finde ich den Web-Video-Preis einfach unglaublich wichtig. Also Web-Video ist seit Jahren meine Leidenschaft. Wahrscheinlich wie so viele von euch die Leidenschaft. Das ist, boah, das Video fängt grammatikalisch super an. Also es ist einfach der Preis für Web-Video-Macher in Deutschland und deswegen muss man auch irgendwo darüber sprechen. Und zum anderen weiß ich auch, dass die Web-Video-Academy oder diejenigen, die wirklich was zu sagen haben beim Web-Video-Preis, dass die sich das hier anhören. Also ich habe noch unter keinem Pro- und Contra-Video bzw. Feedback-Video zu dem diesjährigen Preis keinen Kommentar vom offiziellen Web-Video-Preis-Kanal finden können. Das heißt, die hören sich das wirklich an und schreiben darunter und gehen darauf ein und das finde ich super, weil nur mit objektivem Umgang mit der Kritik kann sich ein besserer Preis von Jahr zu Jahr entwickeln und ein cooleres Event. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall machen, damit auch mein Senf dazu abgegeben wird. Manche Punkte habt ihr vielleicht schon von anderen YouTubern oder an anderer Stelle gehört. Ich möchte das alles nur nochmal schön zusammenfassen und von meiner Seite aus wiedergeben. Also zum einen fangen wir an mit den Pro-Punkten. Die Moderation von Joko und Klaas war allererste Sahne und ich möchte wirklich hier alle bitten, dass sich da nächstes Jahr nicht auf irgendwelche Experimente eingelassen wird, sondern vielleicht einfach wieder Joko und Klaas das machen können. Weil 2013, ich möchte der Dame da jetzt nicht irgendwas schlechtreden, die das damals gemacht hat, aber da fand ich es ein bisschen profilloser und Joko und Klaas sind eh mit meinen Lieblingsmoderatoren im deutschen Fernsehen und die Liste ist da wirklich verdammt kurz, weil es im deutschen Fernsehen nicht sonderlich viele gute Moderatoren gibt. Aber Joko und Klaas haben das super erledigt und vor allem auch so eine gewisse Distanz reingebracht. Also man muss ja schon sagen, dass die Web-Video-Branche, die YouTube-Branche so ihre Insider hat und da ist das ganz gut, wenn das jemand moderiert, der da irgendwie nicht andauernd Sprüche pinkt, die vielleicht nur irgendwie drei Zuschauer im Publikum peilen, sondern die halt schon ihre Sprüche mit drin hatten, aber auch erwähnt haben, hey, wir machen jetzt nicht irgendwie seit 2007 YouTube-Videos und kennen uns da mega mit aus, aber wir wollen euch das anständig präsentieren. Und das haben sie geschafft. Sie haben spontan, locker, witzig, humorvoll, wie sie eben sind, die ganze Sache aufgebaut und haben da wirklich eine sehr gesunde und angenehme Distanz zu reingebracht, sodass das einfach schön präsentiert wurde. Das geht ja darum, Moderatoren sollen das ja präsentieren und das haben sie eindeutig sauber hinbekommen und ich glaube kaum, dass man da irgendwie innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre jemand findet, der das besser machen würde. Also ich fand Joko und Klaas in dem Fall super. Ebenso super fand ich die Aufmachung, die war dieses Mal wirklich schön, tolles Bühnenbild. Die ganze Sache wurde angenehm präsentiert mit den Einspielern und das finde ich auch wichtig. Es hatte wirklich ein gewisses Galagefühl. Es gibt ja immer diese Diskussion, wird das Ganze zu professionell und eigentlich ist das noch YouTube, ist das noch Webvideo und ich finde aber, das ist eine Gala, das ist der Webvideopreis. Das ist ja nicht irgendwie dies und das und jenes und dann finde ich, dann haben die ganzen Leute, die das organisieren, auch das Anrecht darauf, da einen wirklich galawürdigen Abend draus zu machen. Und deswegen finde ich, braucht man das gar nicht diskutieren, dass da die Nominierten so präsentiert werden. Das ist ja schon mal so ein Lohn für die Nominierung an sich, sich da auf der Leinwand zu sehen, mit einem Sprecher vorgestellt zu werden, vielleicht ein bisschen Applaus zu ernten und das fand ich alles super. Also auch mit der Bühne und im Allgemeinen, das war ein tolles Design, das war schön gemacht, tolle Aufmachung einfach nur. Der Preis an sich ist natürlich eine gute Sache, das habe ich ja schon vorher erwähnt, warum ich es wichtig finde, dass man darüber spricht und dass ich ihn auch wirklich genial finde und da die beiden Jahre bisher sehr, sehr gerne hingegangen bin. Und so ein kleiner Punkt, der von mir persönlich mit dazu kommt, es gab meiner Ansicht nach viele richtige Gewinner. Also gerade eben für die Rocket Beans freut es mich total oder für den Gronkh, dass er jetzt bei Let's Play gewonnen hat, das war eh schon lange hinfällig. Also meiner Ansicht nach ist Gronkh eh jemand, den man vielleicht nochmal so für die nächsten Jahre in Richtung Ehrenpreis schieben könnte. Ich weiß ja nicht, ob man das vielleicht tun könnte. Vielleicht, ja. Und Future fand ich auch super, die habe ich danach erst so richtig kennengelernt, dass die gewonnen haben. Also da gab es einige Kandidaten, bei denen ich mir gesagt habe, als ich da saß, japp, die haben das wirklich verdient und das ist schön gelaufen. Kommen wir allerdings direkt zu den nicht so schön gelaufenen Punkten. Ich bin heute King of Überleitung, wie ihr es vielleicht schon bemerkt habt. Mein absoluter Kontrapunkt, bei dem ich wirklich so ein bisschen auch in Rage komme, wenn ich darüber rede, ist die Aftershow-Party. Die war nicht cool. Die Aftershow-Party war einfach nicht cool. Da möchte ich auch jetzt nicht irgendwie dem Club sagen, dass er nicht cool ist. Das hat in der Nachtresidenz Düsseldorf stattgefunden, die ganze Veranstaltung. Und an sich bin ich reingegangen und habe mir schon gedacht, boah, ja, ist schon ein geiler Club an sich, coole Musik und riesig und große Tanzfläche. Aber das ist eher so ein Schuppen, in den ich reingehe, wenn ich mit meinen Freunden am Wochenende einen trinken will. Das ist nicht der Schuppen, in dem ich die Aftershow-Party des Videopreises haben will. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, es war einfach viel zu laut. Du konntest dich absolut nicht unterhalten. Und wir alle wissen, dass YouTuber Plappermäuler sind und sich unterhalten wollen. Das war 2013, soweit ich mich da noch erinnern kann, eine ganze Ecke besser. Zum anderen war es irgendwie sehr, sehr komisch mit VIP-Bändchen und so. Es gab oben eine VIP-Launch, die viel zu klein war, in die sich alle YouTuber reingedrängt haben. Aber manche YouTuber, mit denen man gekommen ist, hatten eben kein VIP. Das heißt, die waren dann irgendwie unten. Und du wolltest eigentlich aber auch unten bei den anderen YouTubern sein. Und dann waren die anderen wieder oben. Und das gab so eine komische Zweiklassenteilung, die ganz strange war. Das war sicherlich nicht gewollt, aber das hat einfach nicht gepasst. Die Aftershow-Party sollte ein Event für alle sein. Da sollte nicht irgendwie nochmal zwischen VIP-Webvideopreisbesucher und normalem Webvideopreisbesucher unterschieden werden. Ich glaube, das wollen auch wirklich die wenigsten YouTuber, dass das am Ende des Tages so ist. Und wir wollen mal gar nicht davon anfangen, wie sich die Türsteher teils gegenüber Kollegen verhalten haben. Es gibt da ein Video vom Simon, also dem guten Ungespielt, auf seinem Kanal Ungefilmt, wo er da auch drüber redet. Oder ich glaube, es war da keiner Ungefilmt, auf dem das ist. Jedenfalls wurde der anfangs gar nicht erst reingelassen, irgendwie wegen seiner kurzen Hose oder so. Und da irgendwie so einen verquerten Club zu wählen, also ich kann verstehen, wenn Clubs eine Kleiderordnung haben, aber davon wusste irgendwie am Anfang gar nicht richtig jemand was. und das gab dann halt so eine ganz miese Stimmung, so von wegen so, ah ja, die lassen dich übrigens mit Mütze nicht rein und mit kurzer Hose. Und ich dachte mir so, was? Wir sind hier bei der Aftershow-Party vom Webvideopreis. Das war zwar eine Gala, aber trotzdem sind wir immer noch eine entspannte und coole Branche. Dann wählt doch bitte auch einen Laden aus, der entspannt und cool ist und nicht Schränke vor der Tür stehen haben, die dich nicht reinlassen wollen. Also das fand ich einfach sehr, sehr schade, dass die Aftershow-Party da so ein bisschen verhunzt wurde dadurch und man mit einem mulmigen Gefühl rausging. Ich bin dann auch recht früh gegangen, ebenso wie meine Kollegen Sturmwaffel, Paluden etc. pp, weil wir uns einfach gedacht haben, dass wir uns das jetzt nicht geben wollen. Und ich hatte ein VIP-Bändchen. Ich hätte oben hin können und mich gerade besaufen können, aber ich wollte nicht, weil es einfach irgendwie komisch war. Es war eine komische Stimmung dort und eher so ein Club, bei dem man halt irgendwie ein Wochenende verbringt, bei dem man richtig feiert. Und bei der Aftershow-Party möchte ich mich auch unterhalten mit den Leuten, die da sind, weil ich die halt nicht so oft sehe und Kontakte knüpfen etc. pp. Also da muss man nachjustieren und das nächste Mal bitte irgendwie eine Location wählen, die ein bisschen ruhiger ist, eine Launch oder so, wo man halt auch sich unterhalten kann, ohne dass die Musik einem andauert, das Trommelfell wegdröhnt. Das hätte ich besser gefunden. Deswegen, Aftershow-Party ist dieses Mal nicht so gut gelaufen. Aber natürlich kein Drama, weil es ja doch halt ein mittleres Drama. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn die Aftershow-Party auch gut dazu gepasst hat. Aber vielleicht war ich auch schon ein bisschen destroyed von den Pre-Show-Partys, die am Tag davor liefen. Wer weiß, wer weiß. Ein Punkt, der sich jetzt direkt auf die Gala beziehungsweise den Preis an sich bezieht, sind die Kategorien. Die sind sehr, sehr unscharf. Das ist mir auch jetzt erst so im Nachdenken mal eingefallen. Also ich verstehe ja, wieso man die Kategorien so FYI nennt, also For Your Information und LOL, Laughing Out Loud, um so ein bisschen diese tolle Generation von Web-Video und Netzkultur wiederzugeben, die halt Abkürzungen benutzt und die Kategorien danach zu benennen. Das geht ja auch noch, aber ich könnte rein theoretisch irgendwie ein Video in vier Kategorien gleichzeitig einreichen. Ja, vielleicht ist mein Video gleichzeitig lustig, da passt es in LOL. Es ist auch noch episch dazu, dann passt es in Epic. Und das ist ja vielleicht auch noch gut gemacht, also Triple A. Und dann ist es gleichzeitig noch ein Let's Play, also auch noch in Let's Play rein. Und das sollte nicht passieren, weil wenn ich dann auch noch eine wirklich aktive Community habe und es irgendwie schaffe, in allen vier Kategorien nominiert zu werden, dann ist das nicht so cool. Und da sollte man die Kategorien wirklich langsam ein bisschen schärfen, dass man ein bisschen eindeutiger sagen kann, welches Video in welche Kategorie reinpasst. Klar ist Web-Video jetzt nichts, wo man sagen kann, ganz klar, das ist das, das ist schwarz, das ist weiß, das ist blau, das ist grün. Aber trotz allem muss da ein bisschen dran gearbeitet werden, die Kategorien zu schärfen und vor allem finde ich es wichtig, dass so langsam mal die Kanalpreise Einzug finden. Es heißt zwar Web-Video-Preis, aber uns allen ist ja wohl hoffentlich klar, dass so ein Preis, der für die Kategorie Newbie verliehen wird, nicht für das einzelne Video verliehen wird. Hier hat jetzt Kollegah gewonnen mit einem 30-sekündigen Video, in dem irgendwie auch noch 20 Sekunden der Abonnieren-Button zu sehen ist. Aber zumindest mir war von Anfang an bewusst, dass das der Preis für den Kanal an sich ist, für das Gesamtwerk. Und das muss einfach stärker differenziert werden, dass das auch wirklich so ist, weil anders macht es auch keinen Sinn. Man kann keinen erfolgreichen Newcomer nur an einem Video festlegen und der will auch bestimmt gar nicht an dem einen Video festgelegt werden. Deswegen das bitte einfach mal als Kanalpreis ausschreiben, obwohl es der Web-Video-Preis ist. Das würde viel, viel Diskussionsstoff einfach mal wegnehmen und für ein bisschen Klarheit sorgen. Und man muss übrigens auch noch mal für was sorgen und das nennt sich im Saal für ein bisschen angenehmere Stimmung im Zuge von Zuschauern. Ich hatte öfters mal das Gefühl, als ich mich umgeschaut habe oder als ich so da saß, dass da viele Menschen waren, die Web-Video gar nicht so wirklich als Leidenschaft wahrnehmen oder Web-Video-affin sind und wirklich da sein wollen auf diesem Preis. Das ist schön und gut. Klar muss da auch Politik anwesend sein und Presse und andere Medien. Vollkommen logisch, sage ich gar nichts dagegen, aber man hätte sicherlich noch ein paar Plätze für Zuschauer locker machen können oder ein Zuschauertreffen davor. Das Zuschauertreffen ist natürlich Aufwand. Das ist schwierig zu stemmen, aber beim nächsten Preis will ich das unbedingt wieder dabei haben. Das gehört meiner Ansicht nach dazu. Klar, es ist eine Gala und auch wenn man sagt, die Oscars der Web-Video-Branche. Und beim Oscar sind ja auch keine normalen Zuschauer die ganze Zeit dabei. Ich weiß, der allgemeine Pöbel und so. Aber wir sind die Web-Video-Branche und ich finde, das gehört dazu. Die Zuschauer machen uns zu dem, was wir sind. Ohne Zuschauer gibt es für niemanden Erfolg auf YouTube, ohne eine aktive Community. Und deswegen fände ich es schön, wenn man nächstes Jahr wieder die Möglichkeit findet, irgendwie ein Fantreffen und ein Zuschauertreffen zu veranstalten und vor allem, wenn auch wieder mehr Zuschauer auf die Gala selbst dürfen. Man konnte ja ein paar Karten gewinnen, aber es waren irgendwie meiner Ansicht nach dann am Ende doch ein bisschen zu wenig. Also ich weiß nicht, wie viele es waren, aber ich finde es einfach schöner, wenn noch mehr Zuschauer da wären und noch mehr Platz für Zuschauer gegeben wird. Und das finde ich einfach wichtig. Und wenn sich da irgendwelche Möglichkeiten auftun, der Preis bekommt ja immer mehr Aufmerksamkeit und hoffentlich auch immer mehr finanzielle Möglichkeiten, dann kann man das hoffentlich irgendwie regeln, dass es auch wieder Zuschauertreffen gibt. Ich finde das einfach schön, wenn der Zuschauer wieder mehr eingebunden wird, weil das gehört auch zur Webvideo dazu. Mindestens zu 50 Prozent. Auf jeden, jeden, jeden Fall. Und da ist es auch noch so eine Sache, wenn wir gerade von finanziellen Mitteln sprechen, dieses Mal schien ja hoffentlich ein bisschen mehr da gewesen zu sein. Also Ubisoft hat sich ja auch zu so einer kleinen Promoaktion für Watchdogs hinreißen lassen, die extrem cool war, so ein bisschen Live-Action im Publikum. Und das war total cool gemacht und ich hoffe, dass ein bisschen mehr finanzielle Möglichkeiten jetzt bald da sind. Gibt ja jetzt auch ein Förderprogramm und so. Dann bitte, bitte diese finanziellen Möglichkeiten auch nutzen, um den Nominierten die Reise und das Hotel komplett zu spendieren. Ich war dieses Jahr nicht nominiert, aber letztes Jahr und letztes Jahr war ich auch noch Schüler und hatte ein bisschen weniger Kohle am Stissel beziehungsweise mein Kanal war auch noch nicht so erfolgreich und da war es ein bisschen schwieriger, das Ganze für mich zu stemmen und ich kann mir vorstellen, dass es da trotz den reduzierten Preisen im Hotel dieses Mal, die wirklich super waren, für den ein oder anderen Probleme gab, diese Reise auf sich zu nehmen aus finanzieller Hinsicht. Und deswegen ist das so ein bisschen so eine kleine Pflicht, glaube ich auch, dass das als erstes herangegangen wird, wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, dass die da reingesteckt werden, um den Nominierten eben die Reise zu ermöglichen und ihnen auch wirklich den, ja, sie in die Gala reinzuführen, ohne dass sie da selbst ihr Taschengeld auf sonst wo hin kloppen müssen, weil wir wissen ja, viele Videoersteller sind auch einfach jung und das, das finde ich einfach ganz cool, weil das würde den Nominierten glaube ich auch nochmal so das Gefühl geben, dass sie hier jetzt wirklich schon mal was damit erreicht haben. Das fände ich einfach super, ja, weil ich halt einfach mal so erwähnt habe. Ist glaube ich im Sinne von jedem nicht, dass ihr jetzt denkt irgendwie so wie so, ah, ihr gebt doch bestimmt das Geld, ich sag übrigens ihr, weil ich ja wie gesagt weiß, dass bestimmt irgendjemand von denen zuhört, was ich nach wie vor super finde, also nicht, dass da jetzt halt gedacht wird, dass ich irgendwie davon rede, ihr würdet das Geld irgendwie nur in Koks investieren, bin ich mir sicher, dass ihr das nicht macht, aber das wäre halt so eine meiner ersten Anlaufstellen, die ich euch empfehlen würde. Kommen wir letztendlich zur Penisaktion, ihr habt alle drauf gewartet, was sagt der Kedos zu dem Penis von Schniesen? Also den Penis, den kann man irgendwo noch lustig finden. Das ist ja so, Flitzer hat ja auch so eine gewisse Tradition, das gibt es im Fußball, das gibt es immer wieder mal in Talkshows, sich nackt ausziehen, das passiert halt ab und zu, ja, und darüber kann ich auch noch irgendwo lachen. Ich habe jetzt nicht drüber gelacht, ich saß halt eher da und dachte mir so, ja, da hat er halt seine Hose runtergelassen, er hat ja auch nicht den Penis jetzt irgendwie noch versucht, Joko ins Gesicht zu drücken, also er stand ja nur da und das kann man noch lustig finden und vor allem, wenn man halt weiß, wie die zwei vom Siebeners drauf sind, das ist halt so der Style und irgendwo soll man sich da schon so ein bisschen den Stock aus dem Arf ziehen, aber trotz allem war es natürlich auch an der anderen Seite bedenklich, weil es live gestreamt wurde und weil auch Kinder auf der Gala waren und ihr wisst, was ich meine, also keine Kinder, sondern halt jüngere Menschen, ich habe keinen Dreijährigen gesehen oder sowas, aber ihr wisst, was ich meine und ja, das mit dem Penis, das kann man also, irgendwo habe ich gar keine Meinung zu, das war mir eigentlich einfach nur egal, hat mich jetzt nicht sonderlich nicht gejuckt, habe ich mich nicht drüber aufgeregt, was dann allerdings assi war, war das mit den Biergläsern, dass er da die zwei Biergläser runtergestürzt hat und die dann einfach hingeschmissen hat und die sind dann zersprungen und dann lag da Bier auf der Bühne und Glas, also Glas war eh auf der Bühne, aber Glas lag da rum und das hat der Simon von den Rocket Beans beziehungsweise Game One ganz gut getroffen in ihrem Video über den Webvideopreis, das ist einfach nur scheiß respektlos, weil das ist ein Preis, das ist eine Gala, auf dieser Bühne werden Leute ausgezeichnet, die monatelang Arbeit in ihre Videos reinstecken und dann dort irgendwie ihre Belohnung dafür bekommen, in der Szene, die eh schon im öffentlichen Raum irgendwie immer noch als Kindergarten abgestempelt wird und da dann sowas abzuziehen und das quasi in gewisser Art und Weise einfach richtig zu entwürdigen, das ist respektlos und das fand ich nicht cool und das fand ich auch nicht lustig, ja, also den Anfang fand ich noch okay, fand ich irgendwo witzig, Selbstironie, passt alles, aber das dann zu machen, das fand ich nicht in Ordnung und ja, das hat jetzt auch nichts irgendwie mit Stock im Arsch zu tun oder sowas, ich reg mich da auch nicht mega drüber auf, ich fand es einfach uncool, ja, und ich hab ja wohl auch das Recht, irgendwas uncool zu finden, sondern all diejenigen, die nicht kommen, das ist aber so und so, ich mag die 257er, ich mag auch schniezen, ich hör denen ihre Mucke gerne, ich mag den Style und das mit dem Flitzer quasi, ging auch noch irgendwo okay mit dem Blankziehen, aber ein Bierglas da hinzuknallen, das ist einfach nicht galawürdig und wenn man die Szene so weit nicht respektieren kann oder so weit nicht wahrnehmen kann, dann sollen wir es einfach ganz lassen, ja, also witzige Aktionen in allen Ehren, ich bin selbst ein lustiger Mensch, hab da kein Problem mit, aber das mit den Biergläsern wie die Schlagzeile von dem Webvideopreis war und ich hab ja schon versucht irgendwie zu erwähnen, dass der Webvideopreis eben auch das ist, wo die öffentlichen Medien oder die allgemeinen Medien, die nicht so in dieser Branche drin sind, dann mal Wert darauf legen, darüber zu berichten und dass man sich da möglichst gut präsentieren sollte und wenn dann halt sowas die Schlagzeit ist, dann ist das halt einfach schade für die ganze Branche gewesen und dann muss man sich meiner Ansicht nach auch nicht wundern, wenn dann viele noch angepisster sind, als ich es jetzt bin, ich bin ja nicht angepisst, ich sag einfach nur, dass ich es nicht sonderlich cool fand, da Biergläser auf die Bühne zu knallen. So, das waren meine Pro- und Kontrapunkte inklusive Meinung zum Schniedelwurz vom Schniesen. Schniesens Schniedelwurz ist auch ein schöner Zungenbrecher. Schreibt mir eure Meinung zum Webvideopreis in die Kommentare. Ich verlinke euch in der Beschreibung auch mal die komplette Gala, die könnt ihr auf YouTube in wunderschöner HD-Qualität und super geschnitten anschauen. Auch das haben sie dieses Mal super erledigt, wurde richtig schön gefilmt, die ganze Gala, das kann man sich wirklich geben. Und dann könnt ihr mir gerne auch eure Meinung zum Webvideopreis 2014 und eure Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben, weil, wie gesagt, der Webvideopreis hört zu und liest sicherlich auch mit. Und das finde ich super und ich sehe dem Webvideopreis 2015 mit einem großen Lächeln entgegen und hoffe, dass es wieder eine grandiose Gala wird. Also dieses Mal war die Gala grandios und nächstes Mal wird sie dann einfach super mega krass grandios. Und da freue ich mich einfach drauf. Ich finde, das ist eine tolle Veranstaltung und setzt euch gerne mit meinen Kritikpunkten auseinander. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr kennt die ganze Schose und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.